Mit diesen zwei Tipps bildest du ganz einfach Rücklagen. Erstens, werde dir über deine Einnahmen- und Ausgabensituation bewusst. Zweitens, installiere dir ein vollautomatisches Zwei-Konten-Modell, lasse alle fixen Kosten vom ersten Konto abbuchen, setze dir selbst ein festes Budget und nutze das zweite Konto für alle variablen Konsumausgaben. So baust du mit einem Überschuss Monat für Monat Rücklagen auf. Mit meinem Premium-Partner der Deutschen Bank biete ich meinen Kunden für zwei Jahre ein kostenfreies Konto an. Melde dich bei mir, wenn ich dich unterstützen kann und ganz wichtig,